Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen hier auf dem Konfi-Kanal. Wir machen nahtlos da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei den Priestergräbern. Zwei untute Krieger, zwei Skelette. Sehr uncool. Finde ich nicht gut. Und schauen wir mal, wie wir das hier lösen. Auf dieser kleinen Kampfesebene. Bin gespannt. Was sind denn die? Ah, guck mal, die untute Krieger greifen uns gar nicht an. Nice. Einfrieren. Die Skelle sind nämlich einfach nur nervig. Und dann müssen wir uns gleich um die untuteen Krieger da kümmern. Und das wird härter, die beiden Hexen. Neujahrs Episode, das müsste jetzt der 31.12. sein, wo der Party erscheint. Wenn nicht, tut mir das leid, aber es müsste laut meinem Plan der 31.12. sein. Also wir haben bald Neujahr 2015 schon fast zu Ende. Meine Güte, das ist komisch, dass ich das jetzt sage, hier so Anfang Dezember, was heißt Anfang Dezember, wir morgen schon hin. zweiten, dritten, dritten Advent? Gott, welchen Advent haben wir denn morgen? Ich bin da immer so hart raus. Muss ich gleich mal gucken erstmal. Ich glaube wir morgen den dritten schon. Wo ich aufnehme hier. Also wie gesagt, ich nehme natürlich hart im Voraus auf, habe ich ja mehrmals angekündigt. Wegen Weihnachten und so, da habe ich ja überhaupt keine Zeit für irgendwas aufzunehmen. Von daher, müsste das die Neujahrsepisode sein. Da ist ein Hebel. So, welchen haben wir denn heute? Ah, Tame kann man eben weg. Den 12.12. Also müsste das der zweite Advent dann morgen sein, oder? Der 13. müsste der zweite Advent sein, ja. Da höre ich doch wieder Echsen hinten, ey. So, wieder eine schwere Truhe. Okay, links, links, rechts, rechts. Nein. Rechts ist jetzt, links, halt. Links, links, rechts, links, rechts. Links, nein. Links, links, rechts, links, rechts, rechts. Links, rechts. Links, links, links. Oh, da doch! Tigan, crazy, aber die Zardensch impliziert. Hiebwaffenschaden 80? Nice. Da ist es doch! Die Waffe, da möchte ich die schon alle mitnehmen, diese Tiezenwaffen. So, dahinter höre ich noch was. Hm, der sieht brüchig aus. Ich weiß nicht, ob wir die Büsten alle mitnehmen sollten, aber ich nehme sie einfach mit. Von den Gräbern. Weil ich bin mir nicht sicher, ob wir die beim letzten Grab oder bei einem großen Grab zum Beispiel brauchen könnten. Untoter... Was? Untotes Biest? Untoter Krieger. Okay. Läuft. What the fuck? Die untote... Wie hieß es? Sel-Saran. Nee, Sel-Saran. Oder? Von Osigur? Diese Bestie, die sein Priester, Osigurs Priester, irgendwie ins Leben gerufen hat? Hieß doch Sel-Saran, ne? Was gibt's denn dahinter jetzt gleich noch? Muss ja auch noch ne geile Belohnung geben, eigentlich. Ist auf jeden Fall noch ne Truhe. Alter, wie lang der hier ist, der Weg? So, das Problem ist, die Bestie würde uns, glaube ich, angreifen. Deswegen pulle ich die Bestie mal weg und lass den... Dingens da hinten. Oh Gott. Es ist Sel-Saran gefühlt. Es ist halt diese untote Asche-Bestie. So wie Sel-Saran auch war. Und wir haben keine Schnitte. Oh, nein. Wir dürfen jetzt... Nein! Fuck! Mann! Hast du es zu versagen? Gut, dass ich da gespeichert habe, wenigstens. Ja, wer hasst es nicht zu versagen, wa? So, nice movement. Das war ein nicer Move. Geil ausgewichen. Stirb! Geh mir nicht auf den Satz. Alter. So ne untote Asche-Bestie ist dann nochmal was anderes. So, sehr schön. Tot. Hure. Nicht alles, aber auch durchgehend beleidigen in den letzten Parts, ey. So, hier haben wir auch noch einen... Höh! Nicht im Ernst. Wir kommen da nicht mehr durch. Alter, hab ich mich erschrocken. What the fuck? Ich hab mich richtig hart erschrocken. Ja, müssen wir die jetzt nochmal machen, die so untote Bestie. Obwohl wir einen geilen Move gemacht haben. Wow, hab ich mich da erschrocken. Die Fallgruber... Damit, die hab ich... Null. 0,0 gar nicht gerechnet. So, ja. Das kriegen wir auf den Sack von der Bestie. Das hab ich mir schon gedacht. Die haben aber auch ein komisches Movement teilweise. Mann! Gott! Gott! Gott, ich hab das an! Oh, diese Fallgrube. Gut, man erkennt sie jetzt, aber... Warum fällt der nicht rein? Und warum ist der überhaupt nicht eingefroren, Alter? Das ist Frostkristallstufe 8. Boah, manchmal wünschte ich mir, wir hätten den Feuerkristall. Aber hier auf den... Deswegen finde ich das auf diesen Eng-Gängen, wie hier zum Beispiel, finde ich diesen Frostkristall in Welten besser, wenn man einfrieren kann. Weil hier macht man einmal den Feuerkristall, dann braucht der ewig zum Nachladen. Und schon sind die anderen Leute direkt vor deiner Fresse. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen finde ich diesen Frostkristall in Welten besser. Boah, pass auf diese Fallgrube auf. Nicht pass auf diese Grube auf, sondern pass auf diese Fallgrube auf. Oh, das ist für mich Spaß. So, sehr schön. Noch eine Truhe. Ah, die war simpel. Komische Lexte haben wir wieder gehabt. Einen krassen Diamanten. Nice. Einen hatten wir mal so, glaube ich. Ne, wir hatten noch keinen fertigen, oder? Haben wir schon fertigen Diamanten? Ich weiß es nicht. So, wo geht's denn hier hin? Ihr habt keine Ahnung übrigens, wo wir sind. Das ist ein Hebel, ist gut zu wissen. Wir müssen auch noch in die östliche Vulkangrotte, ne? Ah, hier kommen wir jetzt... Ah, jetzt kommen wir hier raus. Okay. Ja, gut zu wissen. Dann würde ich sagen, haben wir das endlich ausgecleared, alles ausgenommen da drin, das Priestergrab. Und es war ja klar, dass wir die anderen Sachen auch noch machen, diese Untotebiets. Erstens Erfahrung, zweitens... Ähm... Zweitens... Wollen wir natürlich alles an Waffen haben, wie gesagt. Jetzt haben wir dieses Zepter und das Titan-Zepter und den Titan-Stab. Interessant, müssten ja fünf Waffen dann im Endeffekt sein. So, ich weiß auch, wo hier diese ganzen Skorpione waren. Oh Gott. So, und hier war aber auch irgendwo so ein Gang nach unten, wo eine blaue Dings war. Eine blaue Barriere. Müsste... Ne? Ne, stimmt, das war da bei der Aschebässe am Anfang, ne? Wir müssen da noch weiter rechts hoch, glaube ich. Von da kamen wir damals durch diese Vulkangrotte. Und da war dann irgendwo eine blaue Barriere. Ja, da. Da war diese blaue Barriere. Genau. Sehr schön. Haben wir das Grab ja auch dann fertig, zumindest. Müssen wir, ja, müssen wir fertig haben. Haben wir hier eine Regionalkarte? Gut, das sieht auch nochmal etwas größer aus. Also, Freunde, da müssen wir jetzt auch nochmal durch. Ja, und dann haben wir erst drei Gräber, ne? Also, wir haben dann zwar über die Hälfte schon geschafft, aber... ...sind dann noch zwei Gräber, von daher... So, gucken. Überall können Gefahren lauern. Elitekrieger. Zwei Stück, so wie es ausschaut. Drei. Natürlich. Natürlich drei, Junge. So, ich lass die mal da, pull den einen hier raus. Und frier den hier mal in der Ecke ein. Komm her. Damit die anderen die Akku nicht mehr auf uns haben. So, dann versuchen wir uns mal an den Kollegen hier. Oh, der macht mal nicht den unfairen Schlag. Das finde ich okay. Das finde ich vollkommen okay. So, die sind natürlich wieder entfroren. So stark sind sie dann doch. Der eine kann jetzt mitkommen. Und das haben wir jetzt wieder. Taktik ist das A und O. Hatten wir ja schon mal in einem Part, wo wir die Echsen so gekehlt haben. Von daher kriegen wir das ja auch wieder, Yen. Hier. Du kannst dich gleich zu deinem Kumpel hier gesellen. Ich will nur nicht, dass du den anderen Kumpel da mit pullst. Dass der das noch irgendwie sieht. Ja, okay. Der ist jetzt wieder so hässlich zur Seite ausgerichtet. Oh, jetzt haben wir mal so ein Gefühl unfair. Da ist dieser unfaire Schlag wieder. Ich hasse... Da, ich hasse ihn. Du greifst einmal an, triffst sogar. Und dann treffen die dich trotzdem, obwohl die an dich so zurückstecken müssten, dass die gar nicht angreifen können. Von diesem Rückstoß. Jedes andere Gefühl kann dann gefühlt nicht angreifen. Mann. Das regt mich echt auf. So ist der letzte Elitekrieger hier. Da. Das sieht auch wieder noch so viel mehr aus. Fuck you. Nein. Du triffst mich nicht mehr als einmal. Hure. So, da geht's weiter. Säule. Ui. Kartensäule? Hier gibt es eine Karte der gesamten Anlage. Wow. Bringt uns ja viel. Gut, können wir da in den Ring? Da ist ein Alter. Da ist eine Fackel. Da ist auch ein Alter. Da müssen wir wohl hin. Da ist der untere Priester. Gut. Das ist nach Asche, Bessian, wa? Ist hier ein Ring? Ja, das hört sich nach Asche, Bessian. So, hier sind so viele Ringe, wo man kann an keinem ziehen. Oh, sehr suspekt. Oh, da oben geht's noch lang. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was wieder an der Anlage hier. Ich seh das schon wieder kommen hier. Oh, moin mal eben kurz. Hus. So, ich hoffe, wir haben die Falle deaktiviert dadurch da rechts. Ah. Als wenn ich die nicht gesehen hätte, ne? Gut, Büste. Einfach nur eine normale Büste. Sehr schön. Als wenn ich die jetzt nicht gesehen hätte. Aber die hätten wir auch nicht deaktivieren können, ne? Ne. Aber ich hab sie gesehen. So, da rechts will ich aber trotzdem nochmal lang. Können wir die deaktivieren? Ist die jetzt vielleicht durchs Öffnen der Tür deaktiviert? Und wett, springen wir da! So. Nice rüber. So. Hier können wir... Doch, an dem Ring können wir ziehen. Da ist die Falle doch hoffentlich deaktiviert. So, wo ist ne Echse? Da ist ne Echse. Da ist ne Elitekrieger. Nur einer. Okay, wie auch immer. Der mich gerade erwischt hat. Obwohl er in der Pose ist, um noch anzugreifen. Aber er hat eigentlich nicht getroffen. Weil er eingefroren war in dem Moment. Deswegen hat das gerade keinen Sinn ergeben. Gut. Da ist noch ein Krieger. Da will ich aber gerade nicht hin. Das denn hier? Ist das ne Falle? Das sah kurz so aus. So, wo kommen wir hier? Alter. Was ist das denn hier noch für ein Monsterkomplex? Jetzt mal ohne Spaß. Natürlich nehmen wir die Echse da hinten noch mit. So, ich hoffe ihr könnt genug sehen. Hab ich da gerade einen großen Heiltrank aufgesammelt? Oder hab ich da gerade einen anderen coolen Trank aufgesammelt? Das kommt, wenn man so schnell drückt. So, hier kommt doch bestimmt was raus. Wow, ein Skelettkrieger. Ey, ich hab Angst. Ah, okay. One hit sind sie noch nicht. Aber two hit. So, was hast du denn mit? Gar nichts. Du warst einfach nur hier eine Ablenkung. Find ich nicht okay. Oder ist hier oben? Müssen wir auch gucken. Gut, dann mal zur anderen Hexe hin. Weil hier können wir anscheinend nicht... Oder können wir die Tür aufmachen? Moment, hier sind Ringe. Ring, 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 ring. Banana phone. Aber da ist auch nichts hinter, so wie sich das anhört. Von daher auf rüber zu der Echse. Zu dem Elitekrieger. Das ist wieder nur einer. Oh Mann, ey. So einen ganzen Komplex, ne? Da finde ich jetzt nicht cool, ey. Ja. Hey. Sehr schön. Sehr schön. Und da wir davon noch zwei haben, benutze ich zumindest jetzt mal einen davon, um unsere Mana mit aufzufüllen, während wir uns heilen. So, kleiner Heiltrank. Nice. So, hier sind wieder zwei Sarcophage. Oh, okay. Einen können wir öffnen. Ist da schon... ne Waffe drin? Ne Titanwaffe? Nö. Aber nur so ne Zauber. Das ist aber völlig okay. Aber hier wird... Der geht nicht kaputt, okay? Krass. Hab ich felsenfest mit gerechnet. Was haben wir denn hier drin? Maximal Erlebt ist gut. Das ist jetzt auch so mehr unnötig geworden. Wie viele Echsen-Schwerter haben wir nicht schon wieder? 15, okay. Und schon wieder 3600 Gold. Gut. So, was ist hier drin? Ringe können wir ziehen, ne? Hier ist der obere Teil. Gut, die Falle müssen wir jetzt irgendwie deaktivieren können. Hoffe ich doch mal. Weil sonst sterben wir. Ich glaube nicht, dass wir hier Nautiliebe nutzen müssen, ne? Ja, seht ihr? So, können wir die hier irgendwie deaktivieren? Ist da ein Hebel irgendwie? Ein Ring? Kommen wir auch nicht außen an vorbei. Okay, wo auch immer wir da hinkommen. Vielleicht sind wir auch hier falsch. Ich versuche gleich mal mit Nautilie da vorbeizugehen. Ich habe da jetzt aber auch keinen Ring hier gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich spreche mal lieber hier weiter weg. Ist der Ring hier draußen irgendwo? Da ist ein Ring, aber der bringt uns einfach nichts. So, vielleicht sehe ich noch mit der Fackel hier mehr. Ist hier irgendwo ein Ring an der Wand? Ich sehe hier nämlich gar keinen... Nämlich, nämlich, gar keinen Ring. Ähm. Nö. Versuchen wir mal Nautilie. Davon haben wir ja zum Glück genug. Ich glaube zwar nicht, dass das klappt, aber wer weiß. Hat auch klappt. Nautilie klappt dann doch. Dann müssen wir doch von hier irgendwie die Falle dann auch später hoffentlich aktivieren müssen. Oder dürfen die dann irgendwie deaktivieren? Weil sonst müssen wir noch ein Nautilie... Ah, hier ist ein Hebel. Okay, den habe ich gar nicht gesehen gegenüber. Hätten wir auch wieder Telekinese benutzen können. Ah, ja gut. Das machen wir nachher. Dann machen wir den erstmal so. Dann ist die Falle bestimmt deaktiviert. Aber erstmal müssen wir da drin natürlich alles looten. Und da scheint nur ein Sarkophag drin zu sein. Und eine Steinplatte. Gut, man hat es ja, komm. Sag mal, wir auf. Die wird jetzt direkt kaputt gehen. Ist doch gewusst. Gelettkrieger, kein Problem. Tod. Mensch, wenn ich mir vorstelle, wie schwer die noch waren. Na, sie im Wicklumspiel schon zu sehen. Aber wie sollen wir noch solche Echsen-Mistviecher toppen, ne? Von daher. Chillig. Steinplatte nehmen wir uns gleich auch noch. Aber wir haben immer noch nicht den zweiten Schlüssel. Die zweite Büste. Drei Steinplatten. Krass. Wie viele Steinplatten wir haben. So, jetzt müsste die Falle deaktiviert sein. Jawohl. So, die Fackel können wir einfach mal eben mitnehmen, solange wir eh keine Waffe haben. So, runter da. Wir haben aber erst eine Büste. Das gefällt mir nicht. So, da den Weg haben wir. Da müssen wir wahrscheinlich lang. Aber da müssen wir auch irgendwie hin. Die Frage ist nur, wie? Wahrscheinlich könnte ich da rüberfliegen, wa? Aber erstmal, vielleicht tut sich ja was, wenn wir eine Büste auf den Altar setzen. So, war es nur eine sticknormale Büste? Ich glaube schon. Da tut sie nischt. Das ist blöd. Priesterbüste, Echsenkopfbüste. Ich hoffe, wir mussten die beiden da jetzt nicht mitnehmen, ey. Wie kommen wir hier durch? Hier sind Ringe, aber keiner lässt sich irgendwie aktivieren dafür. Ne. Da waren wir jetzt oben. Und von hier sind wir, glaube ich, eh gekommen, oder? Sind wir von hier gekommen? Ja. Da liegt noch eine frohe Heiltränke. Nice. Mittlere Heiltränke sind gut. Ja, wie kommen wir da jetzt durch? Das ist die Frage. Wahrscheinlich müssen wir da echt drüber fliegen. Weil ich kann die nicht einschlagen. Gut, versuchen wir das doch mal. So, F8 zum Speichern. Levitation. Haben wir nur noch drei von. Das könnte eng werden. Aber ich glaube, das war. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht der richtige Weg. Alter. Du kannst nichts gegen machen, Arschebestie. Gut, das ist nicht der richtige Weg, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll, wie du diese Steinen denkst. Ich hoffe, wir kommen dann da irgendwie gleich wieder zurück. Weil ich mich frage, wo wir hier überhaupt gerade sind. Doch, ich weiß, wo wir gerade sind. Am Eingang von diesem Tor. Und stirb! Naja, dann schieße ich dich halt noch einmal an. Damit du keinen Schaden mehr machst, wenn ich da hinkomme. Ich muss da nämlich gleich rüberfliegen. Noch ein Level up. Ne, ja doch, noch ein. Den einen Level up haben wir schon wieder benutzt gehabt. So, sehr schön. Warum ich jetzt einen mittleren Heide dran getrunken habe, fragt mich nicht. Aber das kann nicht der normale Weg sein. Vielleicht ist das doch. Vielleicht ist das doch. Können wir an den Ring ziehen? Aber an dem Hebel. Ist das echt der normale Weg? Wow. Okay, die Rätsel werden echt interessant. So, und da habe ich schon gesehen, da könnte man Nautili benutzen. Aber, erst mal gucken wir, ob wir natürlich hier irgendwie weiterkommen normal. Ist, glaube ich, wieder nur eine Abkürzung. Ja, da würden wir nämlich instant hier reinkommen. Mein Kollege. Und da ist auch die zweite Büste. Kann ich jetzt eigentlich ganz kackfrech? Nein, kann ich nicht, weil dicht ist. Ich mache dir aber Schaden, ne? Das ist interessant, Kollege. Ich muss dann wohl mit dem Nautilus da durch. Tut mir leid, aber... Du musst dich einfrieren, weil ich Angst habe, dass du jetzt Akku auf mich hast. Jetzt habe ich schon wieder einen Heid dran getrunken, obwohl ich den nicht brauche. Und wenn ich da durchkomme und du mich jetzt Nautili eigentlich einfach zerschlägst. Oder erschlägst. Gut, Nautili. Also ihr merkt schon, das wird jetzt hier richtig happig, ey. Wir müssen jetzt echt alle Künste hier benutzen. Okay. Scheint ein bisschen ein Kusser gegangen zu sein. So. End Nautilin. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich Schaden, natürlich. Wenn das Spiel es so will. Elite-Krieger ist aber gleich tot. Hier, diesmal hat er sich den Schaden gemerkt. Okay. Anscheinend ging die Theorie doch nicht auf von damals, wo ich gesagt habe, die kriegen keinen Schaden. Aber ich habe den da ja auch angegriffen. Vielleicht regenerieren die sich auch einfach nur. So, Sarkophag, wer weiß, was da drin ist. Trinken wir erstmal was. Ah, okay. Hoffentlich eine Waffe. Oh, ein Ring. Axtkampf plus eins. Gut, das interessiert uns gar nicht. Telekinese-Zauber ist interessant. Und jetzt haben wir hier eine normale Büste. Ah, dann schaffen wir in diesem Part ja doch noch das Grab. Ab hier in der östlichen Vulkangrottin haben wir drei Gräber. Ich meine, wie viele Teile haben wir denn? Drei Gräber haben wir dann ausgenommen, ne? Ja. Wir haben dann immer noch zwei vor uns. Ei, 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 ei. Und jetzt müssen wir erstmal da unsere Sachen kriegen. Weil da werden bestimmt wieder Priester warten. So, jetzt mache ich mich mal beides voll. Wieder mal eine Unteile. So, aber jetzt wird es bestimmt wieder interessant. Büste, rauf. Also, ich... Mittlerweile habe ich die Theorie, dass wir keine Büsten von anderen Gräbern brauchen. Ein Hohepriester, okay. Okay, ist hoffentlich nur einer. Ich sehe da nur einen. Oh, und ein Elitekrieger davor. Gut, den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Und da geht es auch nochmal weiter. Da ist wahrscheinlich die Waffe dann. Ich hoffe, der Hohepriester greift nicht an mit Feuerschaden. Das will ich anders lösen. Genau, wenn der nämlich entfroren ist, dass der mich nicht sieht. Der Mongopriester. Der Elitekrieger stirbt, wenn er entfriert. Wir nehmen noch Heiltränke mit. So, du kannst dich entfrieren mal. Stirb. Nice. So kann man es auch machen. Sehr schön. So, ich bin gespannt, ob wir da in den... Ne, wir haben ja die östliche Vulkangräu, da haben wir ja schon einen Teleportstein. Also, hier werden wir keinen Teleportstein bekommen. Schauen wir mal, wo wir ja noch einen Teleportstein bekommen. Das sieht aus wie ein Schild. Ne, Brustpanzer oder... Keine Ahnung. So, im Nahkampf könnt ihr nämlich nicht so viel, ihr Priester. Deswegen, diese im Nahkampf ist echt angekommen. Kann auch nur ein täuschendes Gefühl sein, aber... Habe ich halt so das Gefühl. Doch, Schild. Schild des Titanenlords. Drei von fünf. Aber wir wollen natürlich auch noch die Waffe haben. Also, die Waffe müssten wir nicht sammeln, seht ihr ja, aber ich... Oh, Gott, habe ich mich erschrocken. Gut, da steht auf einmal ein Ruhepriester in der Tür. Warum auch nicht? Und drückt mir einen Feuerball ins Gesicht. Wie auch immer das sein kann. Aber gut. Wir haben da eine Echse gehört, aber das gleich ein Hohepriester ist, der direkt dann in den Türrahmen steht. Ja, gut. Das hat mich dann doch überrascht. So, und da ich ja eher ein schreckhafter Typ bin... Hebel? Was ist das denn für ein Hebel? Wer hat sich denn jetzt geöffnet? Ah! Hat sich jetzt die, die, die... Das eine Ding hier geöffnet? Ne, den haben wir doch schon geöffnet. Hä? Was hat sich denn jetzt hier geöffnet? War noch irgendwas verschlossen? Really? Da? War die Asche-Bestie, oder? Ne. Loll? Doch. Okay, wo ist hier die Waffe? Was hat sich jetzt hier noch geöffnet? Moment, da waren wir. Und da kommen wir. Richtig? Richtig. Da gibt es aber noch einen Weg, der würde jetzt hier links... Warte, da links. Da oben? Waren wir da... Da oben waren wir ja auch. Hä? Warte mal, hier ist der Altar. Da haben wir einen Hebel gedrückt, da hat sich noch irgendwas... Geöffnet. Aber was hat sich da noch geöffnet? Hier irgendwas? Ne. Dann doch da oben noch was? Hm. Hier hat sich ja nichts geöffnet. Nö, da oben hat sich auch nichts geöffnet? Nö. Okay. Dann müssen wir nochmal ablaufen hier. Ähm. Keine Ahnung, vielleicht hat sich hier was geöffnet. Ich weiß ja nicht. Oh Gott. Wie krank das hier aussieht. Wir sind doch auch schon wieder über der Zeit eigentlich. Mann. Da habe ich mir die Waffe hier noch zu finden. Aber hier war ja nichts mehr, oder? Ne, hier ist auch nichts mehr zum Öffnen. Oder? Da. Äh, da ist der Nautilie-Eingang. Hm. Dann gibt es hier jetzt wohl gerade eine XXL-Part. Wo ist hier die Waffe? Was hat sich hier geöffnet? Wahrscheinlich dann irgendwas da oben. Müssen wir doch nochmal da hoch, wa? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass da eine Zuhltür war. Oder irgendwo war eine Zuhltür. Aber das war ja eigentlich... Gut, hier ist die Büste. Hier hat sich... Loil. Nein, nein, nein. Wo sind wir denn jetzt? Der verpufft. Hier ist Anti-Magie-Zone. What the fuck? Ja, Freunde. Das ist auch mal ein perfektes Part-Ende. Das Rätsel lösen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.